Fazit 3 Leute gekillt Hast du 3 Mörder? Nee, ich hab 2 gekillt und Pro hat 1 gekillt Also 3 Leute insgesamt Am Airfield oben? Nee, in der Fastation insgesamt 2 Richtung Airfield Den einen bei Starry und den anderen zum Airfield Ah, endlich wieder geile Farbe Guck mal Da weiß keiner Machen wir jetzt? Keine Ahnung Wir sollten Drafts Leiche looten und zurückfahren Ja, oder einer bekennt die Leiche Mit dem CZ-Gewehr Und der andere Gewehrt mit dem Picker Stopp, 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 stopp Alter Gewehrt, ey Sind die da hinten, oder? Wo? Irgend an der Wo ist der Halle? Ich glaub da hinten ist das blaue Auto Ja? In den Bäumen, ja glaub ich Das kann mich auch täuschen Oder sie sind schon über alle Berge Ja glaub ich schon Ja die haben einen von ihren Leuten verloren hier auch aber da hinten hinten ist was was ist das da hinten ok ne das ist nur ein haus ich dachte das ist das blaue auto jetzt werde ich schon paranoid ja ich werde ja muss unser Auto schon geklaut und nimmt den V3-Rest und guck mal was da drin ist ist ja aber das war zu dritt glaube ich ich habe der v3s nicht nix gesehen vielleicht waren das nicht war das kein team er kann auch so einer von den wir schossen aber auf jeden fall ich guck mal eben zu den autos und wer man ist und ich sehe nichts zu verraten ich glaube ich dass es eine ist guck mal beim beim pick up ob das ein spieler ist beim pick up da hatte ich glaube nicht ok nee das ist nur der hinterreifen lass aus wenn ich den rucksack finde weiter das mit dem pick up fahren ja aber dann kann ja einer nicht mehr hochkommen also entweder bleibt einer oben ne wir kommen beide ja aber wenn der pick up hat nur zwei sitze ja ach ja genau ja ne komm wir machen so wir fahren jetzt zu seiner leiche laden es zu euch in pick up rein dann fahrst du runter oder ich fahr runter ja kein machen fahr du ich bin im backseat ich weiß nicht wo die leiche ist das geil wäre wenn man sich hinten mit dem gegen die innen die rei machen könnten in 20 40 oder im karten für sich mit Äh, Leiden. Äh, Alter, dein Leiche. Alter, ernsthaft? Ja, wo ist deine Leiche? Ich wusste nicht mehr, wo es deine Leiche war. Die liegt da an der Mauer und unter der Mauer, ich hab das gerade durchgewollt, meine nicht gesteckt. Ich glaub hier ist er, ich glaub hier ist er. Oh. Okay, nee. Doch, der muss eigentlich hier sein. Hat die Schlamping geheilt, ey. Wie, warte mal, wie haben die, wie haben sie weiter hinten? Ich hab den unten gekillt. Der hat, sein Leiche liegt noch da. Ja, ich geh nämlich. Vielleicht lieg ich auch auf der Innenseite schon von der Mauer. Nee, wir hatten auch keine Kill-Message bekommen, ne? Bei, nee, bei Draft nicht. Hier, hier ist die Schlampe. Mit einer AKS-Cobra. Ja, ich geh weg. Warte, die schöne CZ. Ach, Mann. Ich geh nämlich auch keine Dingens, keine Fliegen. Wo bist du? Nee, ich bin hinter dir. Bist du im Auto drin? Ja. Kannst losfahren. Ja. Ja. Wohin? Ähm, primi ich im Wald und ich warte dann auf euch. Ja, ich mach wieder Aufnahme-Stop. Bis gleich. So, nach Elektro-Druff-Up-Pol. Ah! Alter! Hier fast hinten voll reingedonert jetzt. Nein! F*** die Poliz. BAM! Nein! Was? Ent trauma! Warte he.. Smythe! Smythe! ich bin ganz langsam gegen den Ding gefahren und ne ist Willis im Arsch ok zwei Wheels ja wir sind hier im Starry ja ich repriere eben die Wheels Engine ist noch ok und ich bin ganz langsam dagegen auf einmal oh man ja weiter geht's ja schnell die Hörnchen das alt ich habe keine Ahnung vielleicht hat wenn sie auch geheilt hätte dann wer wenigstens noch um fliege dann sie fliegen aber es ist gar nichts wird nicht von der der flüssig von dir die 6 auf einmal willst du bist tot ich hätte schon dass es war stattdessen Ich habe einen Punkt gesetzt. Ich habe einen Punkt gesetzt, und ich habe einen Punkt gesetzt, und ich habe einen Punkt gesetzt. 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 Ich habe einen Punkt gesetzt, und ich habe einen Punkt gesetzt. Ich habe einen Punkt gesetzt, und ich habe einen Punkt gesetzt, und ich habe einen Punkt gesetzt. Ich habe einen Punkt gesetzt, und ich habe einen Punkt gesetzt, und ich habe einen Punkt gesetzt. 4.000 Meter noch. Stellkurve. Nichts oder gar aus? Ähm, warte mal eben. Oder was? Ich hab keine Ahnung wo wir sind, also... Ja. Ein GPS braucht man, damit man sieht, wo man auf der Karte ist, oder? Nee, das ist nur bei... Nur auf 101 und 2 oder was? Ja, genau, das kannst du in den Self-Action einstellen. Ey, wenn du ein Engine findest, nimm die mit, ne? Echt? Ja. Können wir mal machen. Ich meine, ich will mal eine CZ wieder haben. Kann ich verstehen. Boah, 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 boah. Alter, lol, ich bin über den Zombie drüber gefahren und der hat mich noch geschlagen. Wenn ich drüber gefahren bin. Bam. Egal, wenn man an der Schuhe rauskommt. Lol, wie weit er fliegt? Bam. Loll, Roadkills zählen auch als Zombie-Kills, wie geil. Wo bist du? Ich bin noch ein bisschen weiter hinter dir. Ich bin da mal irgendwie auf eine Straße gekommen. Ich habe noch 2500 Meter bis Elektro. 1.900. 1.900. Wow. Hey, drop, du darfst du wieder fahren, ne? Ich mag fahren nicht. Ich mag nur fliegen. Ich mag nur fliegen. Gib mir ein Heli und ich fliege einen geistenscheiß, aber dazu kannst du mich vergessen. Ah, fuck, die Engine ist rot, aber es fährt noch. Ich sehe dich wieder. Ah, fuck, die Engine ist rot, aber es fährt noch. 1.900 Meter noch drauf. 1.900. Wir sind da. Hm? 1.900. 2.900. 2.900. Ignalieren, brauche ich? 2.400. 1.600. 2.100. 2.100. 2.100. 1.100. 2.100. 3.100. 3.100. 3.100. 3.100. 4.100. ja er brennt der offroad also frage mich nicht wie das war kannst du ein video dann sehen alter ich brauche ein blatt bei kasten noch eins jetzt ist die ak auch weg ich habe ich noch mehr fach das habe ich für das auto getan eins habe ich noch pinkel das habe ich auch keine mehr ein charakter geht von alleine nach rechts jetzt geht es ja rein in berg ich fahre kein auto scheiße so kurz vom ziel der scheiß busch mhm egal ich hab schon wieder ein akku oder so leid noch ok lol wer hat er geschossen mit dem 1911 lol unload patients lol ich hab' ich will sie geben ich hab' ich will sie geben ich hab' ich will sie geben ich hab' voll den Back ich kann ein bisschen hilfe gebrauchen ich habe fast keine munde mehr für fixst du gerne seine leiche graf wo bist du ich werde ich nur zum krankenhaus krankenhaus ja ich kann nur mal zwischen den feuerbären hin und her und vorabiete weg macht ihr mit Döö. Hm. Komm, 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 komm. Bam! Wieso ist meine scheiß Leiche weg, Mann? Boah! Drei Granaten. Wheels, orange. Nee, ich lass lieber sein. M-P-A-1-C-C-O. Lass lieber sein. Ich will sie gerade wieder verloren haben. Warte. Ja, wir müssen das Auto wieder herabbringen. Muss ich einfach reingehen? Ja, ich muss einkommen. Ja, ich hab ein Haft von Elektrosuperpheorie. Ding ins Ding. Lol, haust du gerade Ding ins Ende das? Ja. Lol, ich will kein reingehen. Alter. Kann ich rein? Lol. Jetzt. Das Auto ist verpackt. Also ich bin verpackt. Ein Blutback mit. Blutback. Los. Und jetzt ist die AK verpackt. Warum verpackt? Ah ne, sie geht hinter mir. Ja, weil ich gerade die Winchester aufgehoben hab, um die Winchester zu verlechten. Kann reparieren. Und jetzt ist das nur mit dem Auto rein. Ich bin der Motorrad. Ich bin der Motorrad. Ich bin der Motorrad. Jetzt bin ich der Motorrad. Jetzt sterbe ich hier. Wo bist du? Nach Feuerwehr. Oh, das rufet sich ACP, natürlich schlimmer. Boah, passt hier rein, gerade.